Gipfelstürmerwanderung am 10. Juli 2013 mit Sepp vom Skienwanderhotel Graz in Großalm. Wir wandern von der breiten Nebenalm hoch auf die Großwildalm, von der Großwildalm hoch auf den Benkkopf und über den Kamm hier rüber und hoch auf das Kitzstein. Im Hintergrund sehen wir wieder den Dachstein, die Bischofsmütze, direkt vor uns den Speichersee von Waagrhein von Grafenbergbahn, den Sonntagskogel, den Gärnkogel vom Skigebiet St. Johann Alpendorf und wandern hier über den Kamm runter bis zur Unterwandalm und rüber auf die 400 Jahre alte Kasegalm und steigen wieder ab bis zur breiten Ebenalm und fahren mit dem Wandertaxe wieder nach Hause ins Skienwanderhotel Graz. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020